Imelila ist eine spanische Stadt, die an der nordafrikanischen Küste liegt und somit eine Exklave bildet, die an das Mittelmeer und an Marokko grenzt. Das Gebiet umfasst 13,4 Quadratkilometer, auf denen etwa 85.584 Einwohner leben. Imelila ist seit dem Jahr 1497 in spanischem Besitz, auch 1956 nach der Unabhängigkeit Marokkos von den Kolonialmächten Frankreich und Spanien, blieben Imelila und das ebenfalls in Afrika gelegene Keuter spanisch. Die Altstadt von Imelila ist als Kulturgut in der Kategorie Conjunto Historico Artistico anerkannt. Lage Meilila liegt auf einer Halbinsel des afrikanischen Kontinents und ist von Grenzbefestigungen umgeben. Nador, die nächstgelegene Stadt auf marokkanischem Boden liegt ca. 10 km südlich. Die Entfernung der Fährverbindung nach Malaga beträgt etwa 190 km, nach Almeria sind es ca. 180 km. Gliederung Meilila wird in acht Stadtbezirke gegliedert. Bario de Medine Sidonia Bario del General Larea Bario del Ataxico Bario de los Chiros de Hispana Bario del General Gomes Jordana Bario del Principe de Asturias Bario del Cam Bario del Polygonu Residential de la PRZ Geschichte Meilila geht möglicherweise auf eine Gründung der Phönizier zurück, die hier um 1100 v. CHR einen Handelsplatz und eine Siedlung mit Namen Russeide ergründeten. Später wurde die Siedlung karthagisch, dann gehörte sie zum Königreich Mauretanien, welches im Jahre 42 in CHR in die römische Provinz Mauretania Tignitana integriert wurde. Im 5. wurde der Ort zunächst von den Vandalen erobert, später dann von Konstantinopel, das jedoch im Jahre 705 den Arabern weichen musste, die die Siedlung zerstörten. Im 9. und 10. Jahrhundert wieder aufgebaut, wurde sie erneut zum Endpunkt eines wichtigen Karawanenwegs zwischen dem Mittelmeer und der Wüstenstadt Sihilmasa. ABDA Rahmen III Befall im Jahre 927 die Eroberung Melillas und der gesamten Nordküste Marokkos, das er von den schiitischen Fatimiden bedroht sah. Um 1030 in CHR gehörte Meilila zum Teil Königreich von Malanga. Unter den Meriniden war Meilila zeitweise Grenzbefestigung zwischen den Königreichen von Timsen und Fes. Im Jahre 1497, also fünf Jahre nach der Eroberung Granadas, wurde die Stadt im Auftrag der katholischen Könige Isabella I. von Kastilien und Ferdinand II. von Aragon während der schwachen Herrschaft der marokkanischen Wattes-Alten-Dynastie erobert. Die Stadt wurde als Stützpunkt für weitere Aktivitäten in Nordafrika angesehen und den Herzögen von Medine-Sidunia übergeben, ab 1556 unterstand sie. Direkt der spanischen Krone Nach mehrfachen vergeblichen Belagerungen wurde Meilila im 17. und 18. Jahrhundert von den Spaniern zu einer Festungsstadt ausgebaut. Permanente Konflikte im Norden Marokkos, die auch von den europäischen Mächten Frankreich, Spanien und dem Deutschen Reich geschürt wurden, mündeten schließlich in den Riefkrieg, der auch unter dem Einsatz von Giftgas geführt wurde. Am 17. Juli 1936 erhoben sich Teile der in Meilila stationierten spanischen Truppen unter der Führung des Generals Francisco Franco gegen die Zweite Spanische Republik und lösten somit den Spanischen Bürgerkrieg aus. Seit der Staatsgründung im Jahr 1956 beansprucht Marokko Meilila das ca. 400 km weiter westlich gelegene Keuter sowie einige kleine spanische Inseln vor der afrikanischen Küste, die auch zur Gruppe der Platzas de Sobirania gehören. Die Gebietsansprüche werden jedoch nicht vorangetrieben, da Marokko in vielerlei Hinsicht von Meilila profitiert. Seit dem Jahr 1995 verfügen Keuter und Meilila jeweils über den Status einer autonomen Stadt, der ihnen einige der Befugnisse der autonomen Gemeinschaften verleiht. Meilila ist somit integraler Bestandteil des spanischen Staatsgebiets, der Europäischen Union und der NATO, verfügt aber über einige Sonderrechte. Insbesondere gehört es GEM. Art. 3 HBS. 1 Zollkodex nicht zum Zollgebiet der Europäischen Union. Bevölkerungsentwicklung Migration nach Europa Migranten aus Sub-Sahara-Afrika versuchen immer wieder über Algerien und Marokko nach Meilila zu gelangen, um nach Spanien oder in andere Länder der Europäischen Union einzureisen. Sie kampieren in den Waldgebieten des Montegurugu und werden von Hilfsorganisationen mit Wasser und Lebensmitteln versorgt. Die Stadt ist zum Schutz vor illegaler Einwanderung mit drei bis zu sechs Meter hohen Zäunen sowie mit Bewegungsmeldern, Nachtsichtgeräten und Kameras gesichert, außerdem patrouilliert die Guardia Civil. Die Situation verschärfte sich erstmals Ende September 2005, nachdem bekannt geworden war, dass die spanische Regierung die Sicherungsanlagen verstärken ließ. Während der Grenzübertritte kam es seitdem zu insgesamt 14 Todesfällen. Marokko schob Flüchtlinge, die an den Grenzanlagen von Meilila abgewiesen wurden. In die südlichen Nachbarländer ab, dabei wurde Marokko von internationalen Hilfsorganisationen beschuldigt, Flüchtlinge in der Wüste ausgesetzt zu haben. Die marokkanische Regierung bestritt dies jedoch. Im Juni 2008 stürmten in zwei Wellen erneut Dutzende afrikanischer Flüchtlinge die spanische Exklave. Dabei sollen auch mehrere Grenzpolizisten verletzt worden sein. Nur wenige Flüchtlinge gelangten in die Stadt, 50 Personen wurden aufgegriffen und in Abschiebelager gebracht. Ähnliches wiederholte sich in den Jahren 2012, 2013 und 2014. Anfang 2014 schätzte man die Zahl der Flüchtlinge, die sich in der Nähe der Grenzanlagen aufhalten, auf 30.000 Personen. 2014 kam es nach spanischen Angaben zu 65 Stürmen auf die Grenzanlagen, bei denen es rund 2.000 Personen gelang, sich Zutritt zu verschaffen. Die wichtigsten Wirtschaftszweige Melias sind die Fischverarbeitung und der Schiffbau. Vom Freihafen aus werden vor allem Fisch und Obst sowie Eisen und Bleierze exportiert. Der grenzüberschreitende Handel sowie finanzielle Transfers vom spanischen Festland oder der restlichen EU sind weitere wirtschaftliche Stützen der Stadt. Die einzige offizielle Währung ist der Euro. In vielen Geschäften werden aber auch marokkanische Deerhams angenommen. Im Vergleich mit dem BIP der EU ausgedrückt in Kaufkraftstandards erreicht Melilla einen Index von 95. Nach Nador verkehren etwa halbstündlich Busse bis zur Grenze, danach muss man in einen anderen Bus umsteigen. Melilla besitzt einen Hafen mit Fährverbindungen nach Spanien, hauptsächlich Malaga und Almeria, und einen Flughafen. Der Flughafen Melilla liegt etwa vier Kilometer südwestlich des Stadtzentrums nahe der Grenze zu Marokko. Er wurde 1969 eröffnet. Von hier aus sind nur nationale Flüge auf das spanische Festland oder nach Mallorca möglich. Der Heli Puerto de Melilla wird militärisch genutzt. Kultur und Sehenswürdigkeiten Der ringsum befestigte Altstadthügel, auch Medine-Sitonia genannt, ist das alte Zentrum der Stadt. In den winkligen und manchmal ansteigenden Gassen finden sich Zisternen und Lagerräume, die in Belagerungszeiten die Wasser- und Lebensmittelversorgung sicherstellten, der Leuchtturm und mehrere Museen. Darunter das Museo de Archeologie Historia de Melilla mit Exponaten zur Stadtgeschichte. In der Kirche der Purisima Conception wird eine Statue der Nuestra Senora de la Victoria verehrt, der Schutzpatronin der Stadt. In den zumeist rechtwinklig verlaufenden Straßen der Neustadt sowie an der Plaza de Espaná finden sich viele Häuser im Stil des spanischen Modernismo aus dem letzten Drittel des 19. und dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Imelilla gehört nach Barcelona und Madrid zu den wichtigsten Städten der spanischen Gründerzeit Architektur. Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Fernando Arabal, spanisch-französischer Schriftsteller und Dichter Araceli Joffa, spanische Schauspielerin Farid Bang, deutsch-marokkanischer Rapper Siehe auch Keuter Söhne und Töchter Söhne und Töchter Söhne und Töchter